Ein herzliches Willkommen liebe Abenteuer und Freunde der fabulösen Unterhaltung. In diesen Zeiten ist es wahrscheinlich das Beste sich etwas zurückzuziehen und über kommende Spiele zu sinnieren. Das wollen wir tun, denn es wird Zeit für ein kleines New World Update. Die Entwickler haben seit meinem letzten Video ein paar neue Details über die verschiedenen Fraktionen herausgegeben und darum soll es sich jetzt in diesem Video drehen. Daher lasst uns starten. Beginnen wir mit dem Entwicklertagebuch Fight the World. Darin erzählt das Entwicklerteam, dass man zu Beginn auf Aeternum bei Null beginnt. Man ist gestrandet, das Schiff ist zerstört, man ist alleine. Aber ziemlich schnell trifft man auf andere Spieler, mit denen man sich zusammenschließen kann, keinen 1,5 Meter Sicherheitsabstand halten muss und deshalb fröhlich gemeinsam die Welt erkundet. Aber nicht zu fröhlich, denn auf Aeternum ist es gefährlich. Es gibt nämlich verschiedene Fraktionen und jede davon hat ihre eigenen Wünsche und Ziele, die miteinander kollidieren. Diese Fraktionen wollen wir uns heute mal genauer ansehen, um zu erfahren, was uns im PvE erwartet. Da wären zum einen die Lost, die Verlorenen, wenn man das so übersetzt, seelenlose, untote Menschen, zum Beispiel Seeleute, die an Land gespült wurden oder auf andere grausame Art gestorben sind. Also sozusagen die Zombies auf Aeternum. Mehr gibt es dazu gar nicht von Seiten des Entwicklerteams, sondern nur noch das Videomaterial. Das sieht so aus, dass diese Lost anscheinend in der Nähe von gestrandeten Schiffen sind. In der Alpha war es auch so, dass man dann auf diese untoten Seeleute getroffen ist. Und das Bildmaterial zeigt auch Belagerungsstätten, die eben am Strand liegen. Also es könnte sich hier um diese Lager der Lost handeln, beziehungsweise Orte, an denen man vor allem diese Lost ausfindig machen kann. Wir können jetzt im Videomaterial schon drei Gegnertypen ausmachen. Das sind einmal diese zombieähnlichen Wesen, die keine Bewaffnung haben, eher gebückt durch die Gegend laufen, fliegen hinter ihnen her. Also das heißt tatsächlich sehen die aus wie klassische Zombies. Dann die Bewaffneten der Lost, die mit Pluderhose und, ja ich würde mal sagen, Rapier, hier durch die Gegend marschieren. Und dann dieser Kamerad hier mit Schild und Schwert, zerfetzten schwarzen Mantel. Das sieht auch ein bisschen bedeutender aus als die anderen Gegnerklassen. Also hier einer der stärkeren Gegner der Lost. Kommen wir zur nächsten Fraktion, The Angry Earth, vielleicht zu übersetzen mit wütende, zornige Erde. Eine reine natürliche Kraft der Insel, die gegen alles kämpft, das sie versucht auszubeuten. Eine Art Verteidigungssystem dieser Insel, das die Eindringlinge zurückschlagen will. Und dabei versucht die Natur die Gestalt der Wesen, die ihr begegnen, nachzuahmen. Deshalb sind manche Wesen der Angry Earth menschenähnlich, manche eher tierisch oder sehen aus wie, ja, Monströsitäten, konstruierte Monster. Sie vereinen sich, um das, was sie als Infektion ansehen, zu bekämpfen. Soweit die Infos der Entwickler. Kommen wir jetzt ein bisschen zum Videomaterial wieder, was wir da so ein bisschen rauslesen können, beziehungsweise was wir sehen. Also wir sehen zuerst einen Krieger mit Bogen, also einen Fernkämpfer. Er selber ist gehörnt, sieht so aus, als ob er eben aus Holz, Geweih, Wurzel, die zusammengebaut ist. Dann diesen Krieger, beziehungsweise Schamane, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also er hat auf jeden Fall diesen Speer. Er ist mit Blumen bestückt, sein Körper. Dann hat er so Pilze, die ihm am Bein wachsen. Und später sieht man ihn, wie er, also die gleiche Klasse, weil man dann dort auch die Blumen sieht, dann irgendwas, ein Ritual durchführt, beziehungsweise irgendetwas beschwört. Also da sieht er wieder eher aus wie ein Schamane oder irgendjemand, der eben Magie wirken kann. Und dann sehen wir kurz im Bild eines eben dieser Tierwesen der Angry Earth, in dem Fall wieder den Hirsch. Den kennen wir schon aus dem Trailer, als er grast und dann von dieser Monstrosität angegriffen wird. Hier nochmal der Kontrast eben zwischen diesem Rot und diesem Blau Türkis. Und ja, als der Hirsch dann auch zum Boden geht und dann wieder von der Macht, der positiven Kraft anscheinend dieses Assort, dann wieder zum Leben erweckt wird. Und dann sieht man noch zwei kleinere Gegnertypen, ja, die nicht genau zu erkennen sind. Also es sieht so aus, als ob sie irgendwie so eine rote Pilzrüstung anhaben. Der eine kauert da auf dem Boden. Also es sieht auch eher nach sehr beweglichen Gegnertypen aus, aber genau zu identifizieren ist es nicht. Kommen wir zur, ja, ich sag mal spannenden Faktion. Das sind nämlich die Corrupted, die man auch in den Trailern sieht, als sie dann die Siedlungen angreifen. Sie spüren die Anwesenheit der Menschen und wollen die Ausbreitung aufhalten. Sie blockieren Straßen oder öffnen eben Portale, aus denen dann Massen von Gegnern strömen und versuchen dann einfach in das Spielergebiet zu gelangen, beziehungsweise die Spieler von dort zu vertreiben. Und wir sehen hier überall verbrannte Erde. Also dort, wo die Corrupted auftreten, ist die Erde kaputt. Sie ist verbrannt, sie ist verdorrt. Man sieht im Hintergrund ja noch die grünen Bäume und man sieht diesen Magier, wie er, ja, einen Dolch hoch hält, der eben so ein Feuersymbol hat. Und damit, es sieht so aus, als ob er damit dieses Portal hervorbeschwört wird. Und dadurch auch diese Gegend außenrum so verbrannt ist. Dann haben wir hier noch einen Corrupted, der diesen Dolch hoch hält. Sieht sehr diabolisch aus, mit seinen geschwungenen Hörnern und an seinen Armen dann so Stacheln zu erkennen. Und man sieht, wie im Hintergrund ihn noch so ein Feuerwesen umschleicht. Also das heißt, der Gegner sieht dann schon etwas heftiger aus. Dann sehen wir zwei Gestalten, die hier am Arbeiten sind in der Nähe eines Lagers, so wie es aussieht. Der hintere mit einem Spaten, der vorderen mit einer Spitzhacke. Und er schlägt hier auf dieses Material ein, das man hier rechts am Rand sieht, das hier rot schimmert. Also es könnte sich hier tatsächlich um dieses Assort handeln, das hier abgebaut wird. Dann ist mir etwas aufgefallen, nämlich dieses, ja, dieses Art Symbol, das dieser Arbeiter, der hintere auch, an seiner rechten Brust trägt. Also das heißt, wenn man diesen Dolchtypen ansieht, dann erkennt man das Symbol deutlicher, denn er hat es an seinem Gürtel. Und da sieht das Ganze dann wirklich nach einem Wesen aus, das seine Arme hier in die Höhe streckt. Eine Art Geist, eine Art Dämon, wen auch immer dieses Symbol dann darstellen soll. Das ist dann spannend. Anscheinend steht das tatsächlich als Symbol für diese Corrupted. Und dann dürfen wir noch einen Blick auf einen Soldaten werfen, der anscheinend zu diesen verfluchten Kongressatoren gehört. Einfach zu erkennen an dieser Rüstung, aber sicherlich nicht eine dieser Hauptmänner, die am Anfang dann gegen diesen römischen Trupp gekämpft haben und dann später die Burg angreifen, denn er hat nicht diese Maske auf, sondern einfach nur dieses rot verbundene Gesicht. Und hier auch wieder deutlich zu erkennen, dieses Symbol, das ich vorhin erwähnt habe, dass er auch auf seine Brust trägt. Damit wären wir auch fast am Ende, aber eine Fraktion gibt es noch, nämlich die Ancients, die Alten, die ahnen, wie man das auch immer übersetzt. Die hat nämlich die Macht von Assort gebändigt und benutzt, um ihre Technologien damit zu betreiben. Und überall in dieser Welt findet man jetzt ihre Meisterwerke, ihre Bauten, die dort stehen. Irgendetwas ist mit diesen Alten passiert, aber niemand weiß genau, was. Und diese Überreste sind noch vorhanden. Der Spieler kann sie entdecken und die Geheimnisse lüften und auch über die Geschichte dann erfahren, was ist auf dieser Welt eigentlich passiert. Das Videomaterial zeigt jetzt, dass alles, was mit den Ancients zu tun hat, wieder in dieser blauen Farbe ist, in dieser Farbe, die die Angry Earth auch schon hatten. Also wieder diese Gegenposition, dieses Assort zu dem Rot und diese ganzen Monumente, die da stehen, eben noch mit diesem Assort, mit dieser Energie durchströmt sind. Das Interessante ist jetzt, dass vor diesen Gebilden Skelette herumlaufen, die bewaffnet sind. Und jetzt kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass das die Ancients sind, die Überreste der Ancients, die versuchen jetzt ihre Geheimnisse für sich zu behalten und diese auch zu verteidigen. Dann habe ich für den Schluss noch eine schöne Einstellung gewählt, weil es so ein bisschen jetzt diesen Konflikt zwischen diesen verschiedenen Fraktionen zeigt. Es wurde ja gesagt, dass jeder seine eigenen Ziele hat, die er verfolgt. Und jetzt in dieser Einstellung sieht man eben dieses Monument dieser Ancients mit dieser blauen Flamme, die da links und rechts lodert, aber im Vordergrund oder vorne auf der Treppe steht eben ein Corrupted, zu erkennen einfach an der roten Farbe und an dem Symbol, das er trägt und im Hintergrund drei Arbeiter, die sich an diesem Monument zu schaffen machen. Also anscheinend irgendwie vielleicht auch an die Geheimnisse dieser, ja, rankommen wollen, beziehungsweise hier etwas abbauen wollen, wie auch immer. Es wird auf jeden Fall spannend zu erfahren, wie und in welcher Beziehung die verschiedenen Fraktionen miteinander stehen. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video mal einen groben Überblick über die vier Fraktionen geben, die da im Spiel vorkommen sollen. Das kann natürlich nur ein grober Überblick sein, beziehungsweise das, was uns hier die Entwickler zur Verfügung stellen, auch das Videomaterial. Ich habe es jetzt mal versucht, so ein bisschen zu analysieren. Gut, in die Tiefe geht es dann tatsächlich erst, wenn das Spiel herauskommt. Das dauert ja nicht mehr so lange in absehbarer Zeit, also im April schon die Beta spielbar, dann irgendwann das Hauptspiel. Es wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben, wie es mit New World weitergeht, was sich da auf Aeternum tut und ob wir dort ein fantastisches Abenteuer erleben werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, lebt euer Abenteuer, macht's gut, ciao, Franco. Bis dann. Bis dann.